hey freunde willkommen zum nächsten raketentest und zwar haben wir diesmal das targa aus dem aldi wie ihr seht drehen wir das schon mal ein bisschen vor bei der einkaufstour und würde ich mal sagen silvester wird getestet und schöne raketen ich hoffe die sind besser geworden wir haben eine neem von 155 gramm auf acht stück und wie gesagt 10 euro also wir sehen uns wenn es dunkel wird bis später so freunde wie versprochen jetzt das targa set ich muss leider sagen dass mir eine rakete schon abgebrochen ist sprich die kann man jetzt nicht zünden packen wir mal weg so sollen wir sagen beginnen wir mal mit einer rebel in pink die war ordentlich machen wir weiter mit einer kristall die war schön braun wir machen weiter mit einer kristallung die erste kristallung hatte kein kloppeffekt die jetzt schon so wir machen weiter mit einer matteo linkstirne so dann geht es gleich weiter mit einer antalo die war schön feines blau so blau limone ist immer was schönes so und zum schluss noch eine rebel in red die war zweimal grün das schluss und zwar freunde also ich kann es targa empfehlen für leute die raketen mögen und dann sehen wir uns bis zum nächsten video macht's gut so